Fernsehen. Mick Knauf zugeschaltet vom Deutschen Anleger Fernsehen. Meinst du die? Tatjana. Was denn? Ja, meine ich mag ja diese dann doch sehr schönen Griffigen zum Teil Spitzen. Bitte? Die Tatjana hat Griffige zum Teil Spitze was? Kommentare von dir. Ja, das ist okay. Der Mick. Ich mag seine Zähne. Tatjana. Ja, meine Damen und Herren. Tatjana. Muss man dazu sagen. Trag mich wo man die Zähne kaufen kann, meine Damen und Herren. Ich bin natürlich auch nicht ganz objektiv bei diesem Thema als XY-Chromosomenträger. Deswegen bin ich sehr froh heute auch eine echte Doppel-X-Chromosomenträgerin begrüßen zu dürfen. Nämlich die wunderbare Monika Gruber, meine Damen und Herren. Hallo. 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 Oder wie der Mann von N24 sagen würde. Monika. Merieren! Wir haben logo gew patron header, als wir-